Stonehenge von Nitzow bei Havelberg 52,9 Grad Nord und 12,1 Grad Ost befindet sich Nitzow mit dieser Sonnenuhr und dieser Zeiger symbolisiert ja die Erdachse, die so verläuft. Leider haben wir keine Sonne, deshalb können wir auch nicht erkennen, wie spät es ist. Und sie bewegt sich doch. Galileo Galilei Die Erde ist eine Scheibe. Manch einer hat sie. Nitzow Die Erde ist eine Scheibe.